Meine Damen und Herren, heute ist der 26. Dezember, der zweite Weihnachtstag und hier befinde ich mich im Höllerer See, der schönste See von Oberösterreich. Da ist der Höllerer See, heute haben wir den 26. Dezember 2018. Da vorne schwimmen die Endlein auf den Höllerer See, den Kopf und das Wasser, das Schwänzchen in der Höhe. So, darf ich mir ganz gut kurz vorstellen. Hinter der Kamera ist der Kondrat Navradil aus Oberösterreich, Hollersbach. Und jetzt gehe ich um den ganzen See herum. Heute ist ein schöner Tag. Heute ist der Kondrat Navradil.